Moins und hallo Leute, herzlichst Willkommen bei mir. Ich bin unterwegs in der KingCrab 0000. Ja doch, das war richtig, glaube ich. Und zwar das ist ja meine gute alte Dual Gauss KingCrab. Und ich muss jetzt mal Frust rauslassen, also ich habe Bock auf schwere Waffen. Bin ich gerade auch die ganze Zeit gefahren, aber ich wurde immer von Lightmax sehr fressen, also von Rudeln von Lightmax. Und die Quadro Zero KingCrab ist perfekt ausgestattet dafür. Sie hat zwei Gauss Rifle, vier Medium Nether und zwei Streak SM4er. Wobei ich hier mit der Gauss Rifle sowieso damals zumindest sehr gefährlich für Lightmax war. Vielleicht bin ich es immer noch mal gucken. Und zunut sind dann noch die Streaks mit dabei. Und dieser Mech ist halt generell eigentlich sehr schön abgerundet. Long-Range mit der Gauss, Mid-Range, Medium Laser, Sokratzer eben vielleicht ein bisschen und dann Nahkampf. Alles Gauss, Medium Laser, Streak Short-Range Missiles. Bam, 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 bam. Und der UAV mit Streaks abgeschossen, sowas mag ich. Kommt nicht so oft vor. Jo, es kommen auch noch Schraukäden rein. Das ist unnice. Team, where are you? I'd love to see you up in here. Okay, das wird allerdings nichts jetzt hier oben. Au, 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 au. Oh, fuck. Ich nehme natürlich hier dieses, jetzt außersehen, random, diesen verkackten Weg da oben, ne? No! Wenn es halt mal nicht läuft, ne? Zumindest den Arm getroffen. Hey! Überall wuselt hier so kackviech rum, ne? Hier ein Piranha, da ein Locust. Ich sag's ja, so viele Lightbacks, ne? So, oh, Kikis, da will sich einer von der Seite anschleichen, kleiner Arktik-Bruf. Die anderen Lightbacks auch nicht aus den Augen lassen. Wow! 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 Das ist sehr geil. So mag ich's. Wenn man feindlicher Swordback vor mich droppt, 2 zu 4. Ach, shit, ey. Weil wenn wir deren Lightbacks rausnehmen können, dann ist es sehr schnell sehr ausgelegen. Das Problem ist halt einfach, die kommen nicht vorbei. Es wäre gut für die Moral. Die Moral des Teams. Ey, da komm ich nicht dran. Na, droppt ihr runter? Lat-Esp und Centurion. Das ist halt schon ein ganz ordentliches Problem. Na, kommen wir nochmal ran. Nice! Heus! Er hat noch die Ultra. Fuck. Und jetzt. P.U. to the death. Nicht? What the fuck? Alter. Der hat aber lange ausgehalten. So, okay. Unten durch. Ich hab die Streaks schon leer geschossen? What the fuck? Oh je. Ich hatte die Mac irgendwann mal anders aufgebaut. Ich glaub, äh... Na. Ich weiß nicht mehr, was... Was ich da getestet habe, aber... Früher haben die Streaks auf jeden Fall länger gehalten. Alter Schwede. Ja, aber gut. Die Streaks haben mir auf jeden Fall geholfen. Ich hoffe, ich kann jetzt dem Team noch helfen. Oh, hoffentlich bin ich schnell genug. Weil der Gegner sagt... Ich falle in deren Rücken. Auch wenn ich dadurch noch ein Müllänger brauche. Ja, shit. Sie sind umzingelt. Ich falle den Gegner nicht in den Rücken. Ich bin einfach nur... Irgendeiner, der von irgendwo kommt. Oh je. Oh je. Oh je. Mr. Assassin. Da. Nun, da warten wir mal ab. Das sind immer die Besten, die die Leute, die noch am Leben sind, dann, äh... Erstmal versuchen irgendwie, denen auf den Sack zu gehen. Ans Bein pissen. Ja, dass ich jetzt im Chat nicht hochscrollen kann. Ich hab den Namen vergessen von diesem Loser. Ich hab halt am meisten Schaden gemacht, ganz einfach. Naja, am zweiten meisten. Ne, Heat sinkt. Der Night Gale, der war noch besser. Achso, ne, ist der Gegner. Hupala. Ja, ne, dann bin ich hier mit Abstand, der mit dem meisten Schaden. War das Pink Taco Sauce? Oh, ich würd den Affen so gerne reporten. Ach, naja. Wir gucken uns nochmal meine Stats an. Einfach konkret hier. Zwei Kills, zwei Solo. Drei muss Damage stellt. Ich hab meinen Part auf jeden Fall geleistet. Im Gegensatz zu diesem Waschlappen, der mich noch zugespampt hat. Schade, dass wir verloren haben. Schade, dass die Streaks so schnell leer waren. Irgendwie hab ich damit nicht geredet. Aber ich lass mich auch zu schnell... Gerade jetzt merk ich wieder so Triggern von solchen Spacken. Ah. Weil ich hab ein gutes Match-Up geliefert. Und dann ist da irgend so ein Lauch, der halt nix geschissen kriegt. Und sagt, äh, Kickrap. Du bist scheiße. Du hast das Spiel verloren. Nynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynyn Junge, was habe ich mir dabei gedacht? Wie könnte ich denn noch mehr rausnehmen? Ach, ich bin hier mehr auf Speed gegangen, aber die 325... Mehr auf Speed. Mit 56,6 kmh. Mhm. Ja, ja, ein Speed-Junkie. Wenn die Hitze, das ging soweit ja eigentlich klar, wenn wir das Heating rausnehmen und einfach noch eine Tonne Munition in die Krabbe stecken. Glaube, da kann man mit leben. Ich versuche es einfach mal. Heat Efficiency 1.5. Soll es soweit wohl okay sein? Die Gauss Rifles, die kriegen die Arme zusätzlich vollgestopft, entsprechend mit der Munition. Wenn hier der Arm auf ist, kretischer Treffer vielleicht nur auf die Gauss Munition, nicht auf die Gauss Rifle. Ist ja dann immer ganz nice. Ansonsten hier, da die Laser rein, da die Raketen rein. Und jetzt nichts großartig spektakulär. Also die Beagle Active Probe ist immer ganz nice, wenn man Lightmax mit ECM begegnet oder generell ECM Gegner hat. Und ansonsten die Laser gepusht. Einmal Magazinkapazität. Ein bisschen erhöht. Und ansonsten wirklich nur Durchhaltevermögen, weil die King Crapier, die macht für mich genug Damage. Funktioniert wunderbar. Von daher hier ganz viel auf Panzerung gegangen und ein Großteil auf interne Struktur noch mitgenommen. Abgesehen von denen hier, da habe ich lieber den einen Auxi-Slot noch mit eingepackt. Und Mobility. Ordentlich gepusht, damit das Ding schön wendig ist und auch mit der Gauss Rifle hinter den Lightmax herkommt. Ansonsten könnte man hier natürlich auch auf ein Großteil von Mobility verzichten und nur das Speed-Tweak mitnehmen und Firepower zum Beispiel dann noch ein bisschen pushen, dass man hier mehr Munition für die Raketen hat, dass man den Cooldown reduziert, solche Sachen. Aber wie gesagt, es funktioniert soweit eigentlich wunderbar. Und jetzt Leute, bis dann fürs Zugucken. Traumhaften Tag. Tschüss. Tschüss.